Heute habe ich mir mit zwei Freunden vorgenommen, eine Backflip-Challenge zu machen. So, ich versuche jetzt auch mal die Backflip-Challenge von dem Dani. Das Ziel war es, den Backflip auf die Weichbodenmatte plus 8 Matten zu landen. 1 Matte 2 Matten 3 Matten 4 Matten 5 Matten 6 Matten 7 Matten 8 Matten 9 Matten Die Landung war schon sehr grenzwertig. Ich habe es dann nicht mehr geschafft und habe aus Spaß noch einen Zeitflip auf dem Mattenstapel hochgemacht. Gregor auch. Und ich dann auch. Geht auch mit weniger Anlauf. Oh! Ja.